Ihr tragt das Mahl. Das ist also euer Geheimnis, nicht wahr? In euren Adern pulsiert das Blut der Laguz. Ja, es gab jemanden in meines Vaters Familie, der mit einem Laguz zusammen war. Mein Lord, dieses Mahl, wisst ihr, wie ich es entfernen kann? Dieses verflixte Mahl, ich... Meine Familie hat mich verstoßen. Ich ging zur Armee, um ihren Blicken voller Hass und Scham zu entgehen. Die Angst begleitet mich, mein Geheimnis könne entdeckt werden. Der Gedanke an Augen, die mich voller Hass betrachten... Dieser Gedanke lässt mich verzweifeln. Mein ganzes Leben schon bin ich allein. Ich öffne mich niemandem, vertraue niemandem. So einsam und allein, du armes Kind. Es schmerzt mich, dir sagen zu müssen, dass ich nicht weiß, wie man dieses Mahl entfernt. Ich... ich verstehe. Das war eine törichte Frage, bitte verzeiht mir. Oh, Wissender, ich... Vor ein paar Jahren erkannte ich, dass ich langsamer altere als andere. Und dies möchtet ihr vor der Welt verbergen, nicht? Deswegen nehmt ihr eure Rüstung so selten ab. Selbst in Gebäuden nicht. Ja, doch dieser Trick wird nicht ewig gut gehen. Ein paar Jahre noch und ich muss den Dienst in dieser Armee quittieren. Und wieder einmal werdet ihr allein sein. Ich bin es gewöhnt, allein zu sein. Nur eines wird mir fehlen. Den Schwertkampf unter General Gawain zu studieren. Wenn die Zeit des Abschieds für euch kommt, vielleicht möchtet ihr euch mir anschließen? My Lord? Uns verbindet ein ähnlicher Hintergrund. In euch sehe ich etwas Vertrautes. Ich kann den Schmerz und die Einsamkeit verstehen. Aber wieso ich? Vor mir liegt eine große Aufgabe. Mit euch an meiner Seite wäre ich des Erfolges gewisser. Wenn ich euch folge, werde ich erlöst? Das weiß ich nicht. Doch eines weiß ich. Ihr wäret dann nicht länger allein. Und ich wäre es auch nicht mehr. Das genügt mir. Ihr habt meine Entscheidung vereinfacht. Wenn ich hier fortgehe, werde ich euch aufsuchen. Ich bin Soldat in der Armäe von Daain. Ich diene unter General Gawains Kommando. Mein Name ist Zelgius. Darf ich nach eurem Namen fragen, o Wissender? Nach meinem Namen? Aber natürlich. Ich meine Damen und Herren. Ich bin Soldat. Und da ist das dein.